Man kann mich auch fragen, dass ich hinlege. Also wirklich. Hallo Leute und willkommen zu Need for Speed Most Wanted. Ein Spiel, was ich ehrlich gesagt noch nicht gespielt habe. Aber hey, dafür habe ich ja schon mal Need for Speed Carbon gespielt. Obwohl ich nicht ehrlich gesagt stolz darauf bin. Verstehen wir nicht falsch, Leute. Das Spiel ist schon toll, aber die Story, die... Ich bin einfach kein Fan davon, sagen wir es einfach mal so. Und noch gleich vor Eck, Leute. Ich habe ein paar Cutscenes von diesem Spiel hier schon gesehen. Und ich hoffe jetzt mal nicht, dass die Cutscenes mich hier so abfacken werden. Wie die, die ich schon gesehen habe. Aber hey, ich lasse mich einfach mal überraschen. Dementsprechend werde ich dann mal hier gleich anfangen. Und zwar mit meinem Controller. Ja, danke Spiel. Ich will es eigentlich bestanden. So, Start Career. Ich freue mich schon definitiv auf den Razer. Der, ähm, der war richtig gut. Aber bevor ich es vergesse, das Spiel ist komplett auf Englisch, wie man gerade eben sehen konnte. Und auf Vorrein versteht sich. Ich hätte das Spiel als erstellen müssen. Was? Der Typ hat doch bestimmt Drogen genommen. Tut mir leid. Hey Razer, machen wir da wegen dieser Freundin auch einen Pink Slip rein? Tut mir leid, Leute. Oh Gott. Diese Cutscene. Das hängt ja schon mal gut an. Oh, natürlich. Man darf ja nicht vergessen. Es wäre kein älterer Need for Speed Child, wenn man nicht gleich diesen netten BMW M3 verlieren würde. Heilige Scheiße. Wie nett von der Polizei, dass du die Route blockierst. Ich höre das. Naja, um fair zu sein. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob es Standard ist, aber das Fahrzeug hat bei mir gerade die ganze Zeit nach links gezogen. Ich höre das. Okay. Ich höre das. Okay. 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 Ah, an diese Stelle kann ich mich jetzt erinnern, da kommt ja der gute alte Sergeant Cross. Oh Mann, hast du die falsche Straße zu gehen? Das ist ein schönes Auto. Danke. Ja, ja. Das ist auch nicht schwierig herauszufinden. Kann ich bitte aufhören, so einschüchternd zu wirken? Heilige Scheiße. Wenn du bitte sagst, dann gerne. War das gerade ein Mittelfinger? Oh, dieses Geräusch. Danke, das muss es sein. Hm, ja. Aber hey, wer auch immer dieses Fahrzeug bekommt, er kann sich um diesen Schaden kümmern. Also mir ist es scheißegal. Äh, Ronny, nimm es mir bitte nicht übel, aber du siehst echt viel Lesbe aus. Ich guck jetzt einfach mal, dass ich das Rennen hier erfahre. Gott, die Cutscenes, Leute. Es gibt nichts Schöneres. Versteht mich nicht falsch. Das Spiel scheint jetzt eigentlich bis jetzt schon ziemlich gut zu sein, aber die Cutscenes... Nein. Nein. Ich weiß echt nicht, ob man dies sich überhaupt antun kann. Naja. Carbon war ja eigentlich schon in dem Thema ziemlich gut, aber das hier betrifft so ziemlich alles. Ja, Ronny, was zum Teufel du auch gemacht hast? Es hat gewirkt, wie man es sehen kann. Uh, fünf Sekunden Vorsprung. Yeah. Hey. Man kann bitte dieses Fahrzeug auch für die ganze Zeit nach links zu ziehen. Also es kann auch natürlich der Fall sein, dass es mein Controller ist, aber ich weiß, ehrlich gesagt, nicht. Ne, warte mal. Es ist mein Controller. Für den Moment hat er mich nach rechts gezogen. Okay, das ist ja weniger schön. Lalalalalalalala. Lalalalalala. Was sind das überhaupt für Schranken? Mautstellen? Ich meine, ich könnte diese Mautstellen verstehen, wenn sie auf der Autobahn selber wären, aber... Ist ja jetzt nicht direkt eine Autobahn oder was? Und ich sag's mal so, äh... Direkt neben dem Industriegebiet, das ist irgendwie, äh, komisch. Ah, okay. Da vorne ist ja gleich das Ziel. Und yippie aie! Ich hab das besonders schwere Rennen gewonnen. Warum nicht? Äh... Oh, äh... Nein, ich will nicht... Restarten, sondern eigentlich nur Continue. Ich wollte schon sagen. Oh, jetzt wird's gut. Und... Oh, ja. Das tönt mich an. Oh, Jahrhี Vrija. Faster than anything here. Well, you obviously don't know your cars, sweetheart. I know your ride doesn't have a chance. Haha, hahaha. My 60 footer, quarter mile, whatever you want to throw on the table, smokes anything here. Including this pump gasket car. Well, where's your punk money then? Willst du mir jetzt komplett verarschen? Ronnie, wer hat dir anlaubt zu sprechen? Ah, bitte, fuck off. Ich kann diese Charaktere beim besten Willen nicht ernst nehmen. Okay, umfährt es zu seinen Razor, kann ich es abkaufen, dass so blöd ist, aber der Rest. Ja, wo man die Frage bekommen hat, wie er heißt. Was habe ich dir eigentlich getan, Razor? Wir kennen uns noch gar nicht, oder? Außer vorhin, aber das war ja erst gegen später, soweit ich das jetzt gesehen habe. Oh, ich darf gegen den McLaren antreten. Ja, das ist nett. Und im guten alten Need for Speed-Teil sind diese Teile scheiß langsam, natürlich. Versteht mich nicht falsch, Leute. Ich meine, ich habe nichts dagegen mit einer M3. Zumindest noch hochgetunt, ne? McLaren, oder tut mir leid, Mercedes-Benz McLaren abzuziehen am Start. Aber es kommt schon irgendwie ein bisschen schräg rüber, wie ich finde. Und vor allen Dingen wundert es mich, dass sie sich so eine Karre haben leisten können. Aber naja. Oh, wie böse von mir. 150 hätte ich jetzt beinahe erreicht, wenn ich das nicht schon noch nicht getan habe. Äh, Bull, was zum Teufel? Oh, ja, das war notwendig. Ich wollte gerade eben schon sagen, mich wundert es eigentlich, dass du so weit weg bist. Hm. Komisch, dass ich gleich danach einen Unfall gebaut habe. Das ist... Das ist bei mir eine Krankheit, muss ich sagen. Und dann denke ich mir... Ah, der Gegner ist ja ziemlich einfach. Und dann baue ich irgendeine Scheiße, bis er mich dann einholt und dann gewinnt. Zumindest würde das nicht zum ersten Mal passieren. Aber warte mal, die Polizisten sind weg. Schade. Hätte jetzt eigentlich gerne noch ein bisschen Waren mit denen getanzt. Aber okay. So, continue. Kollege, ich bin kein Vampir. Ich kann auch um Taghut fahren. Hm, Mazda RX-7, Pontiac GTO und eine Subaru im Brezza. Tut mir leid, ich habe anscheinend den Namen von dem Goldenen Wagner vergessen. Das ist, ähm, neu. Zumindest kann ich nicht behaupten, dass es bei mir oft passiert. Aber hey, wenigstens tut sich Smoke's Hau. Und der Rest hier ein bisschen besser... Ne, warte mal. Smoke Show. Ah. Auf jeden Fall besser ansteuern als der Rest, wegen denen ich jetzt gerade gefahren bin. Aber trotzdem die Namen. Little Smoke Show Rock. Passt irgendwie schon beinahe zusammen, wie ich finde. Oder zumindest Little Smoke Show. Aber das ist jetzt auch scheißegal. Wie viele Runden sind das? SuperH2. Yippie-yay-yay. Oh, Mensch, ich kann es kaum erwarten. Ne, dass ich mein eigenes Fahrzeug aussuchen kann. Aber hoffentlich wird es nicht so eine blöde Auswahl sein, wie bei Need for Speed Carbone. Ich meine, ja, okay. Man hat die Fahrzeuge geschenkt bekommen, aber es waren insgesamt drei Fahrzeuge. Ich glaube, ein Alfa Romeo. Die genaue Zeichnung habe ich vergessen. Ein Chevrolet Camaro SS. Einen ganz alten. Was mir definitiv gefallen hat. Und dann gab es noch den... Äh... Okay, den dritten habe ich vergessen. Toll. Wirklich toll. Ich weiß echt nicht mehr, was es war. Der Alfa Romeo war ein Exot. Was natürlich die Camaro ist, weiß man. Aber den Tuna habe ich ehrlich gesagt vergessen. Schade. Aber tut ja sowieso nichts zur Sache. Ich habe ein Gefühl. Gott, hoffentlich waren die Rennen noch ein bisschen schwieriger, aber... Ich kann gerade eben nicht behaupten, dass die Gegner gut sind. Außer natürlich vom Anfang her. Aber trotzdem... Heilige Scheiße. Oh, danke. Ah, Razer. Pff. Hahaha. Der Typ nennt mich ein Poser. Okay. Kollege, ich habe nicht vor dir Angst, sondern auch nicht vor deinem Mustang. Auch wenn mir der gefällt. Aber wirklich. Gegen den mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Weil ich habe vorhin McLaren abgezogen. Ach, komm, fuck off. Au, deswegen nennt muss Pink Slip. Ah. Verrückt, eh. Ja, mach es ruhig, Razer. Hey, stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Ich fange mir eigentlich schon, wie viel PS ein Mustang hat. Und vor allem, wie viel Miner. Würde mich mal ein bisschen interessieren, wie ich finde. Oh ja, ich fahre dich besiegen, Razer. Auch wenn du mich gerade eben ein bisschen am Start abgezogen hast. Scheiße, meine Nase juckt. Fuck. Puh. Kann ich behaupten, dass meine Nase mal so beginnt zu jucken. Aber okay. Liegt wohl anscheinend an Razer. Mh. Ah, okay. Sehr gut. Jetzt ist es zum Glück weg. Wurde aber trotzdem gerne wissen, wie man hier dieses Nitro aktivieren kann. Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht rausfinden, ne. Auf welcher Taste die hier anbremst ist und Nitro selber. Und ich meine, das Positive ist ja auch im Endeffekt, ich brauche eigentlich nicht wirklich Nitro, weil ich scheine es eigentlich auch ganz gut ohne zu schaffen. Ja, okay. Bei Razer ist es jetzt was anderes, aber trotzdem. Okay, äh, diese Kurven waren gerade eben ziemlich mies. Lalalala, oh, Razer. Meist es bloß, oder fahren diese Polizeifahrzeuge echt schräg. Und zumindest lenken die ziemlich häufig. Noch mal zwei. Hm. Oh, hallo. Wie geht's denn so? Hahaha. Das ist neu. Ich habe eigentlich bis jetzt so niemals schaffen können, in so einem Nitro-Spiel-Teil einen Polizeiwagen abzudrängen. Also so, dass es sich dreht. Aber okay. Warum nicht? Okay, um fair zu sein, ich soll es ein bisschen genauer spezifizieren, und zwar ein Pit-Manöver bei ihm abzuziehen. Was für ein Depp. Und ich dachte schon, die Funksprüche in der MCP-Dörfer sind ziemlich lange. Oh Gott. Razer, bitte, bleib zurück, okay? Das Schlimme dir. Nein, ist es nicht. Ah! Und ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich das Rennen gewinnen werde. Mitten in der Katze sehen, warum nicht? Nein, ich habe mir schon gesagt, dass ich das Rennen gewinnen werde. Bitte? Oh, heilige Scheiße haben die gute Sprüche drauf Oh, warum kann ich jetzt keinen Taste und einen Schlagknüppel haben ich hätte so Spaß daran Als würde ich mit dem Bus mitfahren als Racer, dafür gibt es Taxi Oh, tut mir leid, Taxis Man kann mich auch fragen, dass ich hinlege Also wirklich Also die Partnerin von Cross geht mir mehr auf und Saga als der Cross selber das muss man erstmal schaffen Wie lange bin ich jetzt überhaupt gesessen? Oh Oh Doch, ich hab ein Taxi geklaut natürlich Okay, wie lange bin ich jetzt gesessen? Bitte guck auf die Straße Oh Dass die nicht gerammt hat Glückwunsch Wisst ihr Leute, ist es so blöd, wie es sich anhört Aber Mir ist es eigentlich scheißegal, dass ich den Wagen verloren habe Ja, er ist schön, aber trotzdem Ich meine Dafür kann man doch ein Fiat Punto fahren Keine Sorgen, den werde ich nicht nehmen Ah Oh Der gute alte Kobalt SS Das Teil hab ich schon in Midnight Club Los Angeles genommen Und eigentlich auch teils gemacht Aber trotzdem Das Handling hat mich ehrlich gesagt abgefuckt Oh, ja Handling nicht verfügbar Aber dafür der Topspeed Und ich schätze mal Beschleunigung ist ziemlich gut So, Kobalt SS Ich warte, ich nehme Continue Per Tastatur Wieso nicht Wie viel Geld hab ich da noch übrig? 4000? Mensch Verdammt wenig Bye Äh Nein Ich will einfach nur raus Ja, okay Oh, ich muss jetzt dorthin fahren Verstehe Ja, okay Zugegebenerweise Die Beschleunigung könnte wirklich besser sein Aber Ich meine Hey Ich hab wenigstens einen Wagen Ich versuche es so zu sehen Und schön zu sehen Dass dieses Fahrzeug jetzt auch bei mir nach links zieht Das muss ja unbedingt sein Ja Eine Straße geradeaus weiter Der jetzt auch nicht schaden kann Na, aber nun gut Ja, das muss so Eingleich am Anfang Mein Wagen Zuknallen Big Lure Big Lure Oh, oh, oh Okay Pick the right event Get enough bounty and you can challenge a ranked racer. Once they're all out of the way, racer's all yours. Cool? I'll let you get back to business. I'll call you when the time's right. Later. Bye.